Du bist der Spitzenkandidat der Deutschen Piratenpartei im Wahlkampf für das Europäische Parlament 2019. Und ich wollte dich jetzt fragen, was ist eigentlich dein persönliches politisches und dein größtes, wichtigstes politisches Anliegen, was du im Europäischen Parlament umsetzen möchtest, wenn du halt als Spitzenkandidat der Deutschen Piratenpartei dort einziehen würdest? Ich möchte Europas neue Stimme der Privatsphäre und auch des freien Internets sein. Denn die Europäische Union braucht jemanden, der dafür steht und dafür brennt mit einer solchen Energie. Jetzt, wo Julia Reda geht und Jan-Philipp Albrecht, der grüne Datenschützer, nicht mehr weitermacht, braucht es jemanden, der wirklich kämpft für unsere digitale Privatsphäre, für ein offenes Internet. Weil für andere Parteien ist es nicht wichtig, wir haben andere Prioritäten oder sie fallen immer wieder um, wenn es drauf ankommt. Und deswegen gibt es uns Piraten und ich möchte in Brüssel Überzeugungsarbeit leisten, erklären, warum Privatsphäre die Grundlage ist für unser Zusammenleben, für die Demokratie und auch für eine offene Gesellschaft, in der sich nicht jeder gleich verhält und versucht, bloß nicht aufzufallen, nur weil ihm dann was passieren könnte, weil er erklären muss, wo er irgendwie vor ein, zwei, drei Monaten gewesen ist, mit wem er da gesprochen hat. Das ist keine freie Gesellschaft und das ist nicht eine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Und das eben zu erklären, worum geht es bei Grundrechten, bei Menschenrechten, warum ist das so wichtig. Da ist eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, aber natürlich auch eine Menge Druck zu machen. Das heißt, es geht auch darum, die Menschen zu informieren, hier passt mal auf, was da gemacht werden soll. Hier müsst ihr aktiv werden, mit denen und den Leuten müsst ihr reden. Und es geht auch darum, Dinge aufzudecken, dass man zum Beispiel Sachen, die unter Verschluss gehalten werden, wo man versuchen will, hinter verschlossenen Türen an der Öffentlichkeit vorbei was durchzudrücken. Und gerade beim Bereich Überwachungsschutz der Privatsphäre ist es so, dass oft eine Sicherheitsindustrie Hand in Hand arbeitet mit Überwachungsbehörden und Sicherheitsbehörden, die auch ein Interesse daran haben, die Menschen zu kontrollieren. Und sowas muss aufgedeckt werden und offengelegt werden. Und da sehe ich meine Rolle. Man hört ja immer wieder, dass die Europäische Union sich in einer Krise befinden würde. Wo, glaubst du, steuert die Europäische Union als Ganzes hin? Ich glaube, es gibt zwei Richtungen, wo die anderen Parteien die EU hinsteuern wollen. Zum einen gibt es die etablierten Parteien, die wollen weiter so. Weiter Europa, mehr Europa, so wie es bisher gelaufen ist. Das Problem ist, die EU hat bisher aber die Menschen zurückgelassen. Die EU ist zum Elitenprojekt geworden. Da werden hinter verschlossenen Türen von Regierungschefs irgendwelche Verhandlungen geführt und Verträge geändert, ohne dass die Menschen einbezogen sind. Und das gefährdet die Europäische Union. Wenn man so die Menschen zurücklässt, haben sie auch nicht mehr den Eindruck, dass Politik für sie gemacht wird. Und dieser Eindruck ist leider oft richtig. Das Zweite ist, es gibt diese rechten, autoritären, nationalistischen Parteien. Die wollen die EU überhaupt nicht mehr. Sie wollen sie, wie die AfD bei uns, zu einer reinen Wirtschaftsunion machen. Also letzten Endes ist es ein bloßes, reines Europa der Konzerne, was sich nicht mehr für die Angelegenheiten der Menschen einsetzt, wo es nicht mehr um freie Bewegung von Menschen geht, sondern nur noch um Kapital und Wirtschaftsinteressen. Und auch das droht Europa zu zerstören, weil es dann kein gemeinsames europäisches Projekt mehr ist. Und was wir piraten wollen, ist eigentlich ein dritter Weg. Wir wollen die EU neu aufsetzen, um es mal so zu sagen in Informatikersprache. Das heißt, man wählt sozusagen ein Gremium, was gemeinsam in öffentlicher Sitzung und unter Bürgerbeteiligung eine neue Verfassung ausarbeitet. Und über die lässt man dann am Ende die Menschen abstimmen. Und da muss wirklich ergebnisoffen gesehen werden, wie wollen wir Europa bauen? Wie soll Europa aussehen? Für mich gehört zum Beispiel dazu direkte Demokratie. Dass am Ende auch in einer europaweiten Volksabstimmung die Menschen das letzte Wort haben können und nicht Institutionen, die vielleicht von Lobbyismus oder von irgendeiner Stimmung beeinflusst sind. Zuletzt würde ich ganz gerne von dir wissen, was ist deine große Stärke bei deiner politischen Arbeit? Ich glaube, ich kann sehr hartnäckig sein. Ich kann mich gut eingraben in Sachen. Ich bin ja Jurist, habe so ein bisschen den Background mit Gesetzgebung, komplizierte Sachen. Gesetze zu hacken, ja, sowas kann ich ganz gut. Aber ich kann mich auch einschießen auf Sachen. Und ich war ja im schleswig-holsteinischen Landtag, fünf Jahre lang abgeordneter, zeitweise auch Fraktionsvorsitzender. Und ich glaube, ich war ein unbequemer Abgeordneter für die etablierten Parteien, weil ich sie immer wieder konfrontiert habe mit dem, was sie selbst vorgeben, dass sie daran gemessen habe, weil ich unbequeme Wahrheiten, über die die nicht reden wollten, ans Tageslicht gebracht habe, verschiedene Skandale aufgedeckt habe, wenn es um Missbrauch in der Polizeischule geht oder um Fälle von Datenmissbrauch. Und Sachen aufdecken, ans Tageslicht bringen und hartnäckig sein, das glaube ich meine Stärke. Und Sachen aufgedeckt, ans Tageslicht bringen und hartnäckig sein.